Ich bin bei meinem nächsten Job angekommen und zwar bin ich bei der Sonnen GmbH in Wildpolsried. Und die sind ein extrem innovatives Unternehmen in der Energiebranche und eines der schnellst wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland. Das heißt, welcher Job könnte besser passen als der des Business Innovation Managers? Sonnen wurde 2010 gegründet mit dem Ziel, die Energiewelt auf den Kopf zu stellen und saubere, bezahlbare Energie für alle bereitzustellen. Da spielt der Business Innovation Manager eine ganz große Rolle. Aber was macht der genau? Der Business Innovation Manager ist bei Sonnen sozusagen der Ideenpionier, der die zukünftige Produktwelt, ob das jetzt digital ist oder physisch, vordenkt. Und um vordenken zu können, braucht es natürlich innovative Ideen. Wo kommen die her? Das gucke ich mir bei Sonnen genauer an. Das geht zum Beispiel einmal im Austausch mit den internen Mitarbeitern. Oder eben auf externen Veranstaltungen, die mit Workshops zum Denken anregen und ganz schön viel Inspiration für neue Ideen bringen. Und zu guter Letzt entstehen Ideen natürlich im ständigen Austausch mit Kunden. Aus diesen Ideen entwickelt der Business Innovation Manager dann Konzepte und Geschäftsmodelle, die praktisch umgesetzt werden. Das beinhaltet allerhand Stufen. Von der Simulation, über die Entwicklung der Software bis hin zur Entwicklung der Hardware. Am Ende werden dann intelligente Software und Hardware zu einem innovativen Produkt verschmolzen. Ein Beispiel für ein innovatives Produkt sind zum Beispiel die Batteriespeicher, die wir vorbeilaufen, mit denen Sonnen Weltmarktflöre geworden ist. Und wenn das Produkt fertig ist, dann macht es sich auf den Weg vom Allgäu in die ganze Welt. Die Schrage hier zum Beispiel, die fährt jetzt nach Australien. Ganz schön stark, oder? Das finden auf jeden Fall auch meine Kollegen im Business Innovation Management. Sonnen ist für mich der Vorreiter in der dezentralen, sauberen Energiewende, der immer Lösungen zuerst am Markt hat und ganz vorne dabei ist. Zudem ist das Team einfach generell sehr jung und dynamisch und es passiert viel. Es ist eine schöne Arbeitsatmosphäre. Und da kann ich Chris mal recht geben. Die Atmosphäre war so super, dass ich gerne wieder zurückkommen würde. Allerdings dann schlecht in einer Abteilung, in der ich mehr im Außeneinsatz unterwegs bin. Ich mache mich zum nächsten Job. Bis dahin. Macht's gut.